Go Ninja! Go Ninja! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Konnichiwaya Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Mario Kart 8 Deluxe zusammen mit B-Bro und FreshRise. Hallo. Hallo. Und natürlich wieder in der öffentlichen Lobby und schon wieder diese... Keine Ahnung. Hat meine gewonnen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Mir auch egal, es wird halt schon wieder die Regenbogenboulevard. Aber... Also es ist klar, hier den Dänzen auch auf den Servern zu sehen. Alter, der starb aber echt scheiße fresh. Ich weiß es. Nein, aber extrem gut. Ja, war klar, dass du jetzt die Grüne raushältst. Weil ich die am Popus klebe. Warum fährst du noch rein? Noll! Ich bin in die Banane von einem rein und der ist dadurch aber rausgeflirrt. Weil ich nicht mehr reagieren konnte, dass ich wegkomme? War eigentlich ernst gemeint, die Frage. Beim B-Bro weiß ich nicht. Beim B-Bro weiß ich nicht. Beim B-Bro weiß ich nicht. Was Österreicher immer so ernst meint und was nicht? Was er so kennt und was nicht. Was ihr kennst, besser gesagt. Was DU kennst. Ihr kennt viele Sachen. Ja klar. Jetzt schon ein Blitz? Joa, kommt drauf an. Ja. Ist doch ein Hauch von Randomness dabei. Aber meistens kommt der Blitz viel später. Ja. Eine blaue kann früh kommen, kann aber auch spät kommen. Weg hier. Wunder gefallen? Ja. Wie viel da bist du? Sechster. Hinter dir. Hinter mir? Ah shit. Ah shit. Ein item bekommen. Ah, jetzt wird die blaue nicht. Ah, die blaue. Ich bin runtergefallen, aber auf die andere Strecke dabei gesprungen. Äh, das hat dann passiert. Neu. Und dadurch konnte ich weiterfahren. Ich dachte jetzt, was passiert jetzt? Leute. Toll. Überrunde ich hier? Nein. Ja, einer hat disconnect. Bowser hat er disconnect. Jaaaa, Mann! Ich merke, dass der Run der Ego ist. Das war so klar, wenn der Blitz so früh im Rennen kommt, dann kommt er zweimal. Nein! MGHZ Speeds oder was? Ja. So ein bisschen. Fuck. Fünfter. Ich hab extra einen überholt und direkt die Banane gedroppt, dass du da doch einen Platz gewinnen könntest. Leider ist er dann doch nicht reingefahren. Naja. Trifft ja nicht. Hauptsache vor Bipo, ne? Ja, gut. Ist ja keine Herausforderung. Nein, das stimmt wohl. Wie wir immer unsere Aufnahme-Kollegen dissen. Hat Bipo schon wieder disconnect? Ne. Zuckersüßer Canyon. Jetzt hab ich langsam Hunger auf Nachttisch, weißt du? Ne. Er ist wieder mit seinem Handy beschäftigt, oder? Ja, ich glaub. So zwischen den Runden. Ich denk's. Gezählt. So, einmal aufs Handy drücken. Wow. Och, come on. Was ist das? Du hälst es eine Tugend. Ich trink mal einen Schluck. Mach das. So, einer noch. Oder keiner mehr. Okay. Kein zuckersüßer Canyon? Die Kumuweide. Gut. Gut, haben wir schon länger nicht mehr. Ei, ei, ei. Eine Wiestrecke. Eine Wiestrecke. Eine Wiestrecke. Mal gucken, was drin ist. Abgewürgt. Oh. Ganz abgewürgt hab ich ihn nicht, aber... Coburg starrt sie doch an, sonst was will ich hin. Oh, das zuckt genau dann die Bananen, ne? Okay, was ist los? Ja, keine Ahnung. Wirst du von einem Ding getroffen und dann wirst du zweimal gerammt. Wie, was ist los? Fresh was los. Ah, jetzt nimmt er sich hier. Fresh was los. Ach, kein Geert. Ja, ich hab den Bumerang. Ernst? Hab ich dich getroffen? Nein. Das ist der andere mit dem Bumerang nicht getroffen. Ah, dann ist ja gut, weil sie sich nicht war. Fast in die Bananen. Na, schon wieder Schluck auch. Hätten sie nix trinken dürfen. Ja. Ja, bleibt im Item drin sitzen. Wer feuert hier schon wieder? Das klaut mir die Seite. Oh, ich fahr in die Grüne. Oh, ich fahr in die Grüne. Er will keine gute Runde von mir. Na ja. Siebter. Du bist doch getroffen. Er zündet aus den Stern. Hallo, die arme Kuh. Attackieren. Ja, genau. Wieso frisst der die Rote nicht? So, GMG. Mach 18. Einfach nur Bullshit. Oh nein! Ja, ich werd auch noch. Passiert 18. Fünfter. mach halt Windschatten jetzt gibt's doch nicht noch näher hätte ich nicht dran sein können hast du dir nicht verdient der Windschatten Alter, da hat einer unter 500 Punkte läuft, Alter immer AFK in jeder Runde oder was so ungefähr so ein Bullshit hast du die Pflanze aber die Rode wird nicht weggefressen die auf einen zufliegt man, man, man welche Strecke kriegen wir jetzt viele schöne Entschuldigung hat man auch schon länger nicht mehr nach 10 wir sind also schon bei Folge 4 ne, bei der ersten Folge hat er ja noch gar nicht mitgezählt oder? wir sind jetzt bei 2 laut man direkt nun also jetzt die dritte ja, ja, war klar das weiß ich auch ach come on wir haben meine Rode gefressen die Probe war es ich hab noch kein einziges Paket ne? ich hab's gesehen was ist mit mir? ich glaub du fährst relativ nah vor mir ich hab's geschafft ich hab's geschafft war direkt hinter dir die haben wir mit Windschatten vorbekommen läuft bei denen oh ja, eine Bombe erwischt kriegt wieder kein Paket läuft bei dir wo bin ich jetzt? einer von blauen ja, neunter ja, wie groß sagt die ja, klar natürlich kommt jetzt der Blitz Crash hat einen Stern Crash hat einen Stern Lacker oh, 2 weggetrötet ja, natürlich da ist ein Bumerang bei er klaut mir das Doppelpaket war die gut oder gut am eh? ey komm ich hab mich selber damit auch geholt ja, die musste dann sein, ne? wow aaaah aaaah du musst mich nicht immer mit Gewalt holen doch, doch du musst die Bilanzen ein bisschen aufpassen ach komm sechster nur, wenn überhaupt ach ja, sechster hör mir auf ganz slow, Runde die Runde war echt schlecht ja, weil Fresh so total kernbehindert ach, ich hol mich zwar selber aber die Bombe muss ich droppen das war echt so das war meine einzige Chance sich zu kriegen ich wusste, gleich ist vorbei du hast aber nur uns gebremst nur uns oh, passiert, ne? Idiot ohne Witz ist ja langweilig, wenn wir immer zusammenhalten da guckt auch keiner gerne zu ja, abschießen ist normal aber dass du dich selber dann damit ausbremst das ist Bullshit am Ende war ich vor dir von der Hand ja, wow die zwei Plätze ja Schlusspunkt, ja ja, für mich auch echt hab ich gar nicht gesehen wie kann man da noch wie kann dann jemand 500 kriegen wenn du mit 3.700 auf dem fucking neunten Platz oder so noch Pluspunkte kriegst keine Ahnung wie geht das? das ist ja gar nicht möglich eigentlich vielleicht hab ich ein, zwei Minus gekriegt aber jetzt nicht dramatisch 460 hat er die andere Frage wie kann er noch Bock auf Mario Kart haben? ja, ohne Witz also Respekt an den Typen oder die Frau oder was auch immer irgendwas dazwischen ich hätte da glaube ich keinen Bock mehr wenn ich nur also wirklich nur mein Ebro verliert ja auch schon oft aber bei uns macht es ja zumindest das auch Spaß zu verlieren das ist ja wieder was anderes bei uns kann ich ja auch dich ab und zu mitnehmen das macht er dann nicht wahr aber mit 460 Punkten da hat man ja eigentlich noch nicht viel gerissen im Leben soll ich mal zumindest nicht im Spiel gut, du weißt ja nicht wie alt derjenige ist der das spielt es ist das nächste der könnte ja auch 6 sein naja manche 6jährige sind besser in der Technik als manche keine Ahnung 40jährige ja wow klar es gibt solche und solche ich bin nicht runtergefallen na so alles hä wie hab ich die Grüne erwischen können? ich hatte eine Banane am Arsch und wir sind gerade gefahren ja von der Seite kann ich ja trotzdem das war eine die ist nicht von der Seite gekommen war ja eine Dreierbanane oh was? ich hatte keine Dreierbanane ich hatte eine Einzelne eine Dreiergrüne ja und? trotzdem wenn er die schießt ist doch egal zwei sind ja haben wir schon vorbeigeflogen die dritte trifft komischerweise trotz Banane ich werde auch in der Luft geholt er schießt direkt nach hinten instant wirklich so nach dem Motto ey er hat gesagt er ist hinter mir so was mach ich da überhaupt? Idiot ja eine blaue für den ersten das war rechnet sich Bibero wieder Chancen aus nein da war schon besser nicht so ne? oder? 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 ja ahaha komm komm! oooh! war das knapp! fünfter bin ich vierter mich trifft die blaue ha 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 naja Aber wie schnell die zweite Blaue kam. Nur kurze Zeit. Ja, okay. Müsste die vierte Runde gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir würden uns freuen. Über Däumchen nach oben. Über ein paar Kommentare. Und hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen Tschau und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.